Mit Mathematik beschreibt man viele Modelle. Wir erstellen biometrische Rechnungsgrundlagen, wir entwickeln die Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir dann auch unsere Tarife kalkulieren, Sterbewahrscheinlichkeiten, Invalidisierungswahrscheinlichkeiten. Mathematik ist nicht dieses Rechnen. Rechnen habe ich auch gehasst, ich war auch nie gut in Rechnen. Für Rechnen habe ich einen Rechner. Die Weiterbildung war für mich hilfreich. Es haben sich wirklich dann auch Tätigkeitsgebiete in meiner alltäglichen Arbeit verändert. Die Ausbildung führt eben auch zu einem selbstbestimmten Leben. Man gewinnt an Freiheiten, man steigert die Arbeitsmarktfähigkeit, entwickelt Perspektiven für die Zukunft. Auch für einen 50-Jährigen ist das noch sehr, sehr interessant. Ein Jahrzehnt nur auf die Rente zu warten, das ist keine Alternative. Untertitelung des ZDF und ZDF, Fynn oder Wach mit Arbeitsmarkt vertreibt. Eine Art Wilder-Sizeif.